Willkommen zurück zu Kaito! Ich meine, wie Party. Ja, aber ich bin natürlich dabei. Genau, wir spielen Glücks-Klee. Besser gesagt, Dimensio spielt Glücks-Klee. So, finde die gesuchten Objekte in den Bildern. Irrtümer kosten nicht 2 Sekunden. Ein geschafftes Engel bringt dir 10 Sekunden ein. Regel Nummer 2, es gibt 6 Bilder und 30 Stages. Im letzten Bild wartet eine Überraschung. Oh mein Gott, ich will gar nicht wissen was... Zeig mich der Wii-Family auf die gewünschten Stelle und drücke A. Okay, ich habe es nicht verstanden, aber ich sehe es ja gleich. Ernsthaft, du hast es nicht verstanden? Nee, du hast so geguschelt beim Quatschen? Du hättest es auch gelesen können, ne? Ja, immer noch ein Messer, Messer, Messer. Ich habe mal hingekommen. Hä? Achso, finde die 4, ich denke, achso. Das ist 3, da ist noch 1, da ist noch 1. Du bist gerade drüber gegangen. Da unten. Da, da. Ja. 5. Na komm, komm, komm. Enttäusche mich nicht. Da unten. Ganz unten im Bildschirm. Da, da bist du gerade drüber gegangen. Da, genau. Mann, 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 Mann. Muss man dem hier alles, ne? Ja, ich bin nicht so gut wie du. Ich spiele das auch gerade zum ersten Mal. Ich habe mir das Bild noch einmal geguckt. Oh, so geht doch. Mach mich gleich so. Ich werde mal ein bisschen 30 Stages schaffen. Na komm, fieke ich mich. Da oben. Genau. Da unten. Ganz unten. Links. Genau da. Ohne deine Hilfe wirst du gar nicht schaffen, baby. Yeah, I'm sexy in the hole. Okay, ich habe viele dieser Suchwilder früher gespielt. Was muss ich noch hören? Den passenden Würfel, der da unten abgebildet ist. Da, wisst du gerade. Da. Genau der. Und da oben noch einer. Da drüber. Da drüber. Da drunter der. Alter. Du solltest gerade das Bild von dem Würfel gesehen. Und du solltest den selben Würfel suchen. Okay. Fünf Stages geschafft. Mal schauen, wie viel Kaito geschafft hat er. Ich habe ja noch gar nicht gespielt, offensichtlich. Aber guck mal da, Matt hat 30 Stages geschafft. Ja, das sind doch die, glaube ich, von Nintendo selber, ne? Ja, das sind die Wii-Charaktere. Ja, genau. Neuer Rekord. Oder war es kein Neuer Rekord? Nee. Okay. Dann verabschieden wir uns von diesem Glücks-Klee. Genau. So, ich bin Kaito und... ...Dimencio. Bis denn. Bis denn. Bis denn. Da obenгляд聚 damit.